So, und dann sind wir nochmal da, äh, ich hab wieder eine Verbesserung, ich weiß nicht, was brauche ich denn als nächstes hier bei dem Level, sag mal, äh, wenn ich das mache, da brauche ich Zauberer und Stein. Dann wollen wir das doch mal machen. Äh, irgendwie so. Ja, keine Ahnung, äh, braucht man da Verbesserungslevel 3 sogar. Ja gut, dann machen wir das alles nochmal anders. Irgendwie so, und, äh, komm, die Truppen kriegen dann auch noch, weil vielleicht sind ja welche da. So, äh, irgendwie so machen wir das jetzt. Truppen sind zumindest keine da, wenn ich das richtig sehe. Was haben wir denn hier? Gnollplünderer, Gnollbrenner, Gnollplünderer, Gnollbrenner, Hyäne und Gnollnager. Machen wir hier mal 10 und den. Und mehr können wir auch nicht. So, da unten hältst du mal auf. Die helfen hier praktischerweise von selbst aus. So, ich mach mal so Platz. Gut, Herr, One-Man-Army, dann, äh... Zwei, hab ich gesagt. Ich hab zwei ja total vers... das zwei verspielt, glaub ich. So. 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 Da. Äh. Da. 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 So. 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 so macht die fertig und dann haben wir das auch geschafft dann wäre ja das schon mal geklärt das ist schon mal sehr hilfreich was brauchen wir hier brauchen wir Bögen und Steine so ich glaube das bringt ja nichts wenn ich die hier weiter aufwerte deswegen mache ich hier noch Truppen meinetwegen hier noch Magier für den Fall dass da irgendwas in die Richtung steht so Schwertspinne Satir Hoplitz machen wir da einen Stein da einen Stein und da einen Stein und überall sonst machen wir glaube ich Bögen so irgendwie das sind die normalen Spiele ich dachte das sind jetzt die Wickelspinnen und hier machen wir auch noch einen hin um bei mir staats im 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 So, du hältst, ihr haltet mal die auf. Ähm, das werden mir hier irgendwie sehr fiese plötzlich. Oh, gerade noch mal gut gegangen. So, Herr One-Man-Army, ich brauche wieder ihre Hilfe mit dem Captain America Move. Hallo. Warum sind das so viele? Wie soll man die denn aufhalten? Wo soll man die aufhalten? Das war am Ende aber doch ganz schön knapp. Weil dann halt wirklich so eine Unmengen-Armee da kam. Das ist schon bedenklich. Dann machen wir den doch noch mal besser. Keine Ahnung, Heilung ist vielleicht auch nicht schlecht. Was können wir denn hier eigentlich machen? Wir haben eh alles auf Level 3 gerade. Von daher ist das eigentlich ziemlich unwichtig. So, wir haben hier den Ausgang. Was kommt? Groomies fliegt aus Peitscherin und Schwertspinne. Ich würde sagen, da machen wir zwei Baracken. Und alles andere machen wir aber Tennis hier dann mit Bögen. So, damit die Gloomies hier plattgemacht werden, machen wir da gleich erstmal die Stärken. Glory! For the kingdom! Incoming! Now before me! Swords ready! So! 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 war ein what? Undme andere oder wo ich das Sven und dann hältst du da unten mal die Gloomies auf während da oben die von den Bögen stattgemacht werden, hoffentlich. Ho, wieso denn das so viele? Ha, gerade noch gut gegangen. War das alles? Okay, das war auch mal alles, dann war das nicht so schwer. Ja gut, dann haben wir ja jetzt alle in dem Modus geschafft, also der will dann, damit die Folge hier noch weiter geht, dann mache ich hier am besten auch noch das. Auf heldenhaft einmal. Keine Ahnung, da setzt man da Truppen und da Truppen. Da setzt man Stein. Ich probiere einfach mal, ob das funktioniert. Wahrscheinlich überhaupt nicht. So, äh, die sind alle schon platt. Das geht irgendwie ziemlich flott gerade. Und da macht er einen Magier. Da frisst er erstmal seinen, äh, Steak. Also seine Keule, nicht sein Steak, aber... Ihr wisst, was ich meine. Sein Essen. Ach, warum übertreiben wir's? Dann mach ich nämlich einfach mal den hier, dann, äh, hat sich das auch erledigt. Und da bin ich noch ein Magier. Und da bin ich noch ein Magier. So, ähm, da, dann haben wir das gleich auch, dann... Ich bin der One-Man-Armee! So, ähm, hätten wir's gekriegt. Dann haben wir ja auch hier den ersten Heldenhaftabschnitt und haben damit das erste Level komplett tatsächlich schon. Und dann würde ich sagen, weil wir jetzt auch wieder ne Folge zusammen haben, dann, äh, muss ich das Ganze jetzt auch noch schnellen. Weil sich ja eigentlich schon vor zwei Tagen oder so rauskommen sollte, aber da hatte ich dann die Zeit zum Aufnehmen. Äh, ja, bis zum nächsten Mal! Tschüüüüüs! Vielen Dank.